die jagd beginnt die gegen die zäune laufen durch ja ist eigentlich auch schon man ist so richtig verwöhnt er immer nicht hier eine geile grafik richtig schöne erdhaufen und so und das sieht alles so richtig geil aus und man läuft immer nur durch ja was wäre man doch früher froh über diese grafik gewesen 2 ok gut die haben sozusagen wieder richtig besorgt ich muss jetzt auch mal nachladen ich auch vor allem bei mir dauert es eine stunde ich habe doch diese komische waffe wieder hier bist du auch munition alles gut auch richtig gut so wo geht es denn weiter hier ist nichts schönes drin ist auch selten dass man echte kasse findet ja das stimmt schade meinst du welche sollen wir nehmen welche richtung ich würde sagen ähm gehen wir ja die richtung das scheint am nächsten zu sein tatsächlich wieder so eine hexe die saatmutter die saatmutter halt da wie sie vor mir weggeflogen ist weil du sie gerade penetriert ist jetzt auch gar keine mehr rumpaulern dann decke ich mal auf sehr gut so wo geht es jetzt lang weiter ja stimmt boah hier sind wieder diese viecher die schöne landschaft da sind zwei seit nickis ich kümmere mich mal ach ne ist schon die hat sich schon schlafen gelegt aber da hinten ist der teufel wollen wir den umlaufen machen eigentlich müssen wir den nicht aber wenn du unbedingt willst ne ich würde auch sagen wir umlaufen ihn erstmal oder ja wir müssen ihn ja nicht umlaufen ich gehe gleich mal hier zum nächsten du kannst ja den machen oder bitte ich bin zu zweit immer spannender weil wir beide ja mal sagen guck mal da vorne ich hab einen gesehen ja genau und dann macht's bäm genau und ist wenigstens einer tot ich glaube die hinweise werden irgendwie zusammengerechnet also egal ob du den machst ob ich den mache ja das stimmt ja das stimmt ich weiß nicht wie das aussieht wie du die nüsse hast ja zermatscht so richtig so bei dem gewehr habe ich jetzt wieder nur vier schuss der kann auch nicht so viel munition glaube ich sammeln bei der knarre hier vielleicht finden wir ja noch was aber es ist meistens so dass die gewehre sagen wir die nicht ganz so teuer sind kannst du viel munition mitnehmen und bei den gewehren die richtig dampf haben hast du nicht so viel munition zum sammeln genau das ist irgendwie ganz komisch weil wenn ich überlege ich hab vorhin munitionskiste aufgemacht und hab irgendwie ein oder zwei Schuss noch bekommen oh die spinne ist hier oh hallo die kann ich wenn ich da noch munition finde kann ich die richtig penetrieren oh ui der ist es aber gegeben ja die hat sie auch verdient einen Hinweis nehmen wir trotzdem mal mit ja dann können wir besprechen hier gibt es Munition für dich oh moon moon ja toll ein Schuss mehr ein Schuss hat er aufgenommen jetzt habe ich 5 Schuss mit der knarre aber ähm ich glaube die Spinne die ich gebe mir mal eine Spritze die Spinne kann ich mit der Knarre auf jeden Fall gut abballern musst du auch gut treffen dann ja meistens ist ja bei der Spinne selber auch nochmal Munition drin wenn man sammeln kann ja ja da ist sie dann wo ist sie denn komm spinne ich da ist sie hallo mit fliegen muss man die Köder oder mit leckerem Cowboy oh hier ist hier ist sie hier ist sie hier ist sie oh oh scheiße oh oh hab ich echt den Arsch gebissen da das blöde Vieh oh scheiße oh die ist ja aggro ja ja ich bin immer noch grün äh au ja die gehört nicht zu der friedlichen Art der Spinnen scheiße ich höre die Hunde oh das heißt da draußen ist jemand oh die Spinne ist wieder da scheiße ich bin nach draußen gefallen scheiße wie hab ich denn das geschafft ey ich bin ja irgendwie in irgendetwas Loch getappt und auf einmal war ich draußen und dann komm ich mal wieder rein hier oh ich mach mal hier auf hm mach mal auf ah danke super brauchst du ne Spritze oder ne geht schon ich werd mich gleich mal verbinden hm ich mach mal auf so kommt jetzt sie wieder mehr spinne alle kommt in deine Richtung jetzt hat es mir aber wieder richtig gegeben blöde Vieh ich will gleich eine Spritze setzen und ich muss Munition haben aber wir haben sie gleich los komm 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 werd endlich rot ich brauch Energie ah endlich jetzt hab ich die Knarre aber noch scheiße jetzt sind da auch die Gegner da warte in die Munition auch gerade am looky looky machen oh von links hat mich mich hat einer erschossen der ist in die Tür reingegangen alter so ein Drecksack von wo der ist ganz unten und zwar da wo du mich reingelassen hast da ist der reingekommen die spinne die ist hinüber ja ich hab hier gerade noch ein paar verpasst und dann kam der Vogel an ich hocke jetzt hier irgendwie und warte dass dass der da in der Hoffnung ist dass der da um die Ecke kommt jetzt wurde irgendwie Feuer reingeworfen ja ich hoffe dass ich hier ein bisschen campe und ihn dann dabei erwische okay rechts kommst du angeduckt ja ich hoffe ja dass der hier mal an mir vorbeiläuft oder so alter der hat aber der hat so einen Bums gehabt mit seiner Knarre der hat mich einmal getroffen und hat mir alle Balken weggehauen scheiße ey dass ich keine Munition fürs Gewehr habe ich würde ja gerne die Spinne verbannen aber ich glaube am Fenster habe ich eingesehen ja am Fenster draußen durch das Fenster ich sehe den gerade drücke ab und dann hat er schon scheiße jo aber hier rindt drinnen doch auch einer rum ich glaube links sehr gut was sind die scheiß Spurne da 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 super oh nein die scheiß spinnen was gar nicht wegen wegen verbannen ja super genau die frage ob wir rauskommen und abhauen können oder ob wir warten müssen bis die hier weiß ja nicht wo die genau hocken da sind sie auf jeden fall alter der hat mich fett mit der vorsichtig kommen der hat mich fett erwischt ganze hütte brennt muss das sein ich hoffe dass der jetzt hier reinkommt jetzt ist feuer vorbei los komm doch seid doch mutig ich habe auch nicht mehr so viel munitionen das ist echt scheiße links draußen läuft einer dran vorbei scheiße ich bleib mal hier in der ecke hocken ich glaube die kommen jetzt nicht durch weil ich dieses feuer geworfen habe wo einer hat eine trophäe aufgemacht aber nicht von uns ich sehe ihn ja ich auch ich wurde angeschossen ich habe ihn zweimal zweimal getroffen aber es hat nicht gereicht scheiße ich bin direkt vor seine flinte gelaufen ich gucke mal dass ich mal kamikaze machen ja komm her hier trägst du da ist auch einer und zwei ah du hast nichts mehr verstanden ah scheiße ah naja wie bitte das kann ich schon finden ja 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 ja